Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich und Busy haben einen neuen Kanal gemacht. Der heißt, wie heißt der nochmal? Mosey Friends. Ja genau, Mosey Friends heißt der. Und ja, wir spielen hier noch eine Runde, bis wir sterben. Das wird wahrscheinlich gestellst sein, weil hier überall Löcher sind. Und hier sind die, das ist nice. Und was machst du gerade so? Busy? Waiwi? Hallo? Noch da? Ja. Okay, gut, er ist noch da. Ich habe gerade leckert bei mir. Okay, was machst denn du gerade? Au. Ich baue mein Haus. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Aber nicht. Das ist ja eine Redstone-Kiste. Kann das auch hier in die Luft gehen mal bitte? Wer hat die gerade geöffnet? Egal. Hier geht es anscheinend nirgendwo hin. Wer hat da gerade eine Kiste geöffnet? So. Oma Gabi. Hallo Oma Gabi. Hi. okay wir sind gleich unten angekommen da und sie noch stachen wo man sich doch was mit dem stream anspricht er hat ja wir werden auf dem kanal auch direkt um wenn die das video und kommt werden wir auch direkt um den machen live stream machen wie lange wird der live stream dann sein um keine ahnung bis wir keinen bock mehr haben oder ok was braucht man eigentlich holzkohle in dem spiel modus in sky pvp oh ne da ist einer voll dir ey nein nein ein herz das war es dann mit dem kurzen ankündigungsvideo abonniere nicht vergessen und tschüss bis dah